So, 3, 2, 1, willkommen zurück zur zweiten Staffel oder zur zweiten Saison von Universim. Seit meinem letzten Spielen oder seit meiner letzten Saison ist ja einiges passiert hier im Spiel. Und deshalb dachte ich mir, ich spiele mal noch einen Planeten. Und ich habe normalerweise alles vergessen, wie das damals ging. Meine kleinen Untertanen, diese kleinen Nuggets, die haben Wünsche. Und zum Beispiel soll ich jetzt ihr Kind wieder finden, was wohl verloren gegangen ist. Aber ich bin echt so blöd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein kleines Kind so weit wegrennt. Ich lasse mal weiterlaufen. Es ist viel zu weit. Steinhütte ist ein riesiger Haufen Schutt. Ich habe wieder eine Steinhütte zusammengekracht. Ich glaube, wir finden das Kind hier nicht mehr. Ah, blöd. Welche Kunst. Welchen Kenchura oder wie immer das Kind hieß. Heißt es nicht aufzufinden. Neue Erwachsenen Nuggets. Namasko Okay, vergesst's Hier kann ich nichts machen Hier ein Nugget zuweisen Das ist so ein Alarm Ach Gott Kinder Oh bitte, lasst das Oh, nicht zurückgekehrt Ja, aber wo soll ich ihn denn suchen Bin doch schon Dauersuchen hier Hier tut sich nichts in den Wäldern Das sind Fische, das sind Fische Wo ist dieses Kind Kannst du den Planeten absuchen Oh, Lagerflächen Das ist doch schon mal super Wo ist das kleine Kind? Steinhütte ist ein Trümmerhaufen Na toll Achso, die Aufgabe haben wir ja schon gar nicht mehr Dann schauen wir mal an die Forschung Wie geht's weiter? Holzofen Geht nicht Geht auch nicht Holzverkleidete Reservoirs Geht auch nicht Geht auch nicht Flaschenzug Flaschenzug Äh, ja Wie sieht es aus? Wie Warte Wie viel glauben an mich Das passt Ich hätte gern ein Archiv Das war es nicht Das war es nicht Das war es nicht Archiv Ja Gibt es noch was Neues? Ingenieure Endlich Wichtig, wichtig, wichtig Wichtig Das hier alles nicht zu Bruch geht Also Und dann werden wir aber auch noch Das Archiv Produzieren Was haben wir? Kosmetik gibt es noch nicht Archiv Direkt am Tempel So Die kleine kocht hier wie verrückt Das müsste immer noch das Lager sein Das erstellt wird Die Steine sind schon drin hier Bei der Ingenieursboote Lager hat den letzten Schliff erhalten So Jetzt Ingenieursboote Quatsch Makao Läuft Die machen Bäume um wie Keine Ahnung Ist ja unnormal Ich könnte Vielleicht Neues Wasser Hat Dann auch noch Gebrauchen Sprich Eine Wasserpumpe Hatten die Eine Reichweite Gehabt Das ist ja Eine mega Reichweite Von der Ingenieursboote Von der Ingenieursboote Heiß nun auch allein zu stehen Gebäude Name Ich verarsche Welches Gebäude heißt denn Name Steine Da haben sie irgendwie vergessen Namen Einzutragen Was Hast du dich Schaut So Fast fertig 60% Grasweberei Freigeschaltet Das klingt ja ganz spannend Das heißt Es müsste Produktion sein Nein Da auch nicht Epizentrum Kosmetik Das ist eine Fähigkeit von mir Schnellstart Zorn Zorn Keine Ahnung Brick Brandneue Nuggets Zwei Stück Ah so Auch schief Nuggets zuweisen Faul Ich weichere Zwei Minus eins Die Archiver Wants To know If You'd prefer Being remembered As mediocre Or middling So Wasserreservoir Wird fast voll Hier Müssen wir unbedingt Nen fleißigen reinpacken Fleißig 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 Arbeiter Trittsicher Workaholic Keine Energie mehr Joa Was soll's Dann Wie schaut's hier aus Kochutensilien Kann ich jemanden Verdonnern Jemanden anders zu lieben Gibt's hier noch Passende Anwärter Ich glaube es waren jetzt zwölf Frauen Na ja gut Die kannten damals noch nichts anderes Ähm Noch keine Vorurteile Oder? So nochmal kurz schauen Frau Und du? Ja Naja gut Wir werden schon nicht aussterben Laufen ja trotzdem noch ein paar Männer hier rum Liebe Verbreitet Liebe auf der Welt Verbreitet Liebe auf der Welt Mal ganz kurz schauen Flaschenzug Soll bedeuten Eins mehr Holzverkleidete Restaurants Holzofen Holzofen Friedhof Kommt dann auch Landwirtschaft Jagen Grasweiverei Lagerpflicht Lagerpflicht Ähm Köder Bauernhof Nicht immer das drücken Gut Unsere kleine Zivilisation Wächst Und wächst Da 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 Thi Nich Irgendwo Wetterstation schon erlernt Lager Reservoir Da kommen wir noch ein Reservoir hier hinten hin So, da rappelt es in der Kiste Was war mit dem Jahreszeitenwechsel? Oh... Irgendwie... Irgendwas passt hier nicht Warum konnte ich jetzt bei der Forschung nicht alles auswählen? Ok, wo ist das? Wo ist das? Ich möchte den heilen Da So, Heilung Pass auf jetzt Freuden Show Schnellstart Tata So Jetzt müssten die doch unheimlich beeindruckt von mir sein Oh... 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 Ja, Pronenwald erhält nicht Wieso? Ach... Ja, ok Sieht nicht zu gut Ich glaube nicht, dass die rote Bumpen sehr common sind Da und da und da und da Die mögen mich Das ist doch fein Weiß nicht, was das bedeutet Lassen wir mal lieber so Wasserpumpen Wasserpumpen Abgeschlossen Ja, wir haben zur Sicherheit Drei Wasserpumpen schon mal gebaut Und bauen aktuell am zweiten Wasserreservoir Schwieriges Wort Na egal So, Ingenieur Wo war der nochmal? Da Müsste alles gut im Blick haben Die Bevölkerung entwickelt sich gerade gut Warum das Wetter jetzt so schlecht ist Keine Ahnung Schamanismus Das heißt Wir brauchen bald einen Arzt Schamanen Das sieht aus wie ein ziemlich schweres Prozess Ich hoffe, dass niemand getötet wird Schamane Oho Schamane Oho Ah Hier fehlen ganz viele kleine Übersetzungen Düdüödödödödödöd Ich werde mal die Folge hier wenden und sage tschüss und schau bis zum nächsten Mal. Bye bye.